Kurt war ein guter Bauer. Er war wichtig für unsere Dorfgemeinschaft. Wir würden dir gern helfen. Wir könnten zum Beispiel die Last vom Hof abnehmen. Was willst du damit sagen? Die Gemeinde hätte die Möglichkeit, eine neue Nutzung zu unterstützen. Eine zeitgemäße. Das wäre ein gutes Geschäft für euch. Wie meinst du das? Wenn ihr wollt, könnt ihr die Normatt verkaufen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr jetzt geht. Ich glaube, es ist ein gutes Geschäft.